Halten Sie mal an, da vorne. Schauen Sie mal diesen komischen Vorgell an, Kollege. Ja, da haben wir uns ja einen merkwürdigen Kerl gefunden. Und dieser nette rote Binder hier. Ja, der sieht ja aus, als ob er gerade aus der Klapsmühle gekommen wäre. Où allez-vous? Qui êtes-vous? What? Ihre Papiere. Wo Papier-tu suis? Wait a minute. Hey! Hey, that's my wallet. Hold it. That's my wallet. Was ist das? Wofür ist das? Was? That's a credit card, for Christ's sake. Was ist das? Now, look. That's my license. That's my wallet. That's my credit card. Sind Sie Engländer? Was tun Sie hier? Sind Sie Amerikaner? Warum sind Sie hier? Was tun Sie hier? Was tun Sie hier? Wait a minute. 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 Halt! Bleiben Sie stehen! Halt! Halt! Halten Sie das Feuer! Halten Sie das Feuer zurück! Zurück vom Fenster! Halt! Nun werde ich ihm mal das linke Ohr abschießen, hm? Oh je! Stopp! Stopp! Ich werde ihm mal das linke Auge abschießen da rum, hm? Jetzt glaubst du was. Aha. Was war das? Der Hosenknopf. Jetzt fängt er an zu schwitzen, nicht? Der blutet. Oh, Mann! Oh, 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 oh! Löcher in den Anzug, nicht? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh!